Wer es gerne selber macht, kennt bestimmt die Baumärkte von Hornbach. Einige wissen jedoch nicht, dass das Unternehmen an der Börse gelistet ist. In den letzten Monaten ist der Aktienkurs von Hornbach kräftig gefallen. Sollte man nun lieber die Finger davon lassen oder lohnt sich der Einstieg? Diese Frage klären wir in diesem Video. Doch zuerst der Risikohinweis. Ich mache hier keine Anlageberatung, sondern es geht hier nur um meine persönliche Meinung. Wenn du Geld in Aktien investierst, kannst du Geld gewinnen, aber auch verlieren. Es ist dein Geld und du allein trägst das Risiko. Für die Richtigkeit der hier genannten Zahlen kann ich keine Gewähr übernehmen. Erkundige dich selbst nochmal, bevor du die Aktie kaufst. Die Hornbach Holding war einer der großen Gewinner der Corona-Pandemie. Die Umsätze stiegen deutlich an, doch diese Zeit könnte erst einmal vorbei sein. Zumindest, wenn man die Meinung einiger Aktionäre teilt, die ihre Aktien verkauft haben. Wie schon eingangs gesagt, ist der Aktienkurs von Hornbach eingebrochen. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert etwa halbiert. Ein Grund dafür ist die Bekanntgabe von Hornbach, dass die Gewinnmargen in Zukunft geringer ausfallen werden. Hinzu kommt noch die Angst vor den hohen Kosten, um die Märkte in den kalten Monaten warm zu halten. Denn wie jeder weiß, gehen die Energiepreise durch die Decke. Diese Ängste sind natürlich berechtigt. Aber wenn du derzeit am Überlegen bist, ob du dir die Aktie kaufen sollst, kann ich dich beruhigen. Die Angst ist bereits im aktuellen Aktienpreis mit einkalkuliert. Daher sollte dies erstmal kein Grund sein, nicht bei Hornbach einzusteigen. Anleger belohnt Hornbach mit einer Dividende. Ausgeschüttet wird die Dividende einmal im Jahr und zwar im Juli. Zuletzt gab es 2,40 Euro je Aktie. In den letzten 5 Jahren gab es eine Dividendensteigerung von durchschnittlich 10%. Die Dividendenrendite lag in den letzten Jahren bei etwa 2%. Analysten rechnen mit einer Steigerung der Dividende in den kommenden Jahren. Demnach soll die Zahlung auf 3,40 Euro für das Geschäftsjahr 2023 angehoben werden. Neben der Dividende möchten wir aber auch Geld mit der Steigerung des Aktienkurses verdienen. Daher schauen wir uns mal an, wie die Performance in den letzten Jahren ausgesehen hatte. Auf Sicht der letzten 5 Jahre haben wir eine negative Performance. Durch den Aufschwung durch die Corona-Pandemie haben wir trotz des Kurzsturzes noch eine positive Performance in den letzten 3 Jahren. Kürzere Zeiten sehen aber schon wieder schlechter aus. Wir haben also gesehen, welche Möglichkeiten in der Aktie stecken. Doch wie sieht es mit der Zukunft aus? Hornbach könnte während der Pandemie nicht nur im stationären Handel, sondern auch online seine Marktposition ausbauen. Angetrieben durch die Inflation sollten auch die Umsätze steigen, aber die Gewinnmarge wird sich voraussichtlich reduzieren. Wir haben bei der Hornbach Holding zwei Werte, die zeigen, dass die Aktie derzeit mit einem Kurs um die 60 bis 70 Euro unterbewertet ist. Da wäre zum einen das niedrige KGV, welches sich im mittleren, einstelligen Bereich befindet. Zum anderen sollten wir uns mal den Wert der Immobilien anschauen, welcher Hornbach selbst besitzt, also Eigentümer ist. Der Wert der Immobilien ist höher als die derzeitige Marktkapitalisierung, welche durch den Aktienkurs bestimmt wird. Daher sehe ich ein faires Potenzial der Aktie, welcher auch gerne 40% höher sein könnte, als der jetzige stand. Einen Aktienkurs von 90 Euro halte ich für realistisch. Daher kann man meiner Meinung nach die Aktie von Hornbach Holding bei einem mittleren Risiko in sein Depot liegen. Und nun vergiss nicht uns zu abonnieren und hier sind noch zwei weitere Videos von uns. Bis dahin, ciao!